ja willkommen mein name ist aniel p und ich begrüße euch zurück zu red black kingdom hearts 2 feiern jetzt meine güter in der ersten folge haben wir die sieben wunder von twilight town gesucht und gefunden und aufgeklärt dass die vollfühlen sind als setzer wird einzig und allein durch erfahrungsstärke und ich werde noch viel viel stärker werden wir haben aus von dass die wunder jetzt nicht so dolle sind aber es gibt da noch ein wunder hast wir noch nicht erkundet haben das ist das herrenhaus war ja schon mal in den ersten part waren und ja da gehen wir jetzt rein weil wir wissen zwar nicht was da für ein wunder ist aber auch das wird es gleich wissen glaube ich aber wir gehen trotzdem ein weil ja zeugs sind ich auch irgendwo später alle gott verdammt wenn eben nicht das ist das alte herrenhaus das ist das alte herrenhaus du wirst du was? wir werden morgen die mansion ausprobieren es ist das einzige sehr schreckliche Ort genau Warum? Hallo? So, was are we looking for? Well, they say there's a girl who appears the second floor window, even though no one's lived here for years. Ja, ich kann sie sehen. Und auch sonst kann sie auch sehen, oder? Ja, ich kann sie sehen. Roxas! Nominate? This is... me? And Axel is here, too. You are best friends. Very funny. Don't you want to know the truth? About who you really are? No one knows me better than me. Of course. But... I don't get what's been happening lately. You know these three, don't you? Yeah. Sora, Donald and Goofy. They're from the dreams. About a year ago, some things happened. And I had to take apart the memories chained together in Sora's heart. But now, I'm putting them all back exactly the way they were. It's taken me a long time, but pretty soon, Sora will be his old self again. The process has been affecting you too, Roxas. You mean the dreams? Yes. You and Sora are connected. And in order for Sora to become completely whole again, he needs you. Me? What for? You hold half of what he is. He needs you, Roxas. Namine? Namine? Who are you? I'm a witch. With power over Sora's memories and those around him. With power over Sora's memories and those around him. A witch? That's what Diz called me. But... I don't know why I have this power. I just do. I'm not even sure there's a right way for me to use it. Hm. I can't help you there. It's funny. Suddenly, I feel like... I don't know myself at all. I guess I would like to know. What do you know about me? That I don't... You... You were never supposed to exist, Roxas. What? How could you even say such a thing? Even if it were true. I'm sorry. I guess some things... Really are better left unsaid. Roxas! Huh? Did you see her? Yeah. Watch the window. Closely. Ah, late. That's just the curtains moving. There must be a draft somewhere. I'm surprised this old place even has curtains. Yeah. Well... Let's head back to the usual spot. I'm waiting for a letter waiting. Hey guys. How did it go? The girl in the window turned out to be a curtain flapping in the wind. I figured as much. The report's already done. Alright. So... Wanna go find Hainer? He's probably at the station. You know... We only have two more days together. Huh? Summer vacation. Remember? Oh... Right. He's got to be a real place. No... Okay. He's got to be a problem. ich sag ja nix dieser war es jetzt schon viel früher viel mehr von den zeit gegessen aber okay why did you show him the train because he missed the trip to the beach that's almost kind of you now what about you are the holes in your memory is starting to fill in yes the haze is clearing the same thing is happening to everyone who had ties to sora very soon to them he'd be like a good friend who's gone away for a year i've waited and now i want to know what is it that you want revenge revenge now for the finishing touches first we must dispose of namine okay she did a splendid job with sora but it's high time she disappeared roxas isn't the only one who was never meant to exist take care of it anson okay ich glaube ich werde immer dicker 97 typischer hartgottsocker hat seinen tisch geschrottet der eine runde karl auf die die verloren hat gorge is that all that's left of the world's taken by the heartless those worlds will be restored if we beat ansem right but if we do beat him and all these worlds become restored and disconnected what's gonna happen to this place and to us all worlds begin in darkness and all so end the heart is no different you see darkness is the hearts true essence aber ich liebe diese rede die rede fand ich immer noch richtig blöde fill me with the power of darkness you're wrong i know now without a doubt kingdom hearts is light now sora let's close this door for good take care of her und da endet der kingdom hearts 1 und da endet der kingdom hearts 1 Sora! und dann begann chain of memories now now where do we go we've got to find riku and king mickey but uh where do we start looking for that there door to the light die alten klamotten überhaupt her jetzt habe ich ganz schön verwirrend er ist abgestürzt jetzt bei 97 ich habe eine neue szene von final mix noch nicht wenn man noch aus dem secret ending von king damals 1 das wäre auch frei gespielt haben oder Okay. Der sechste Tag. Das war der Kürbisch. Oh mein Gott, das ist als wäre er nie am Existenen gewesen. Guck mal was da los ist. Da ist wieder praktisch ein Stock am liegen. Guck mal was da. Ich habe diese Kürbischung für dich verraten. Wenn du mir nicht zurückkriegst. Wir sind beste Freunde, richtig? Natürlich. Aber ich bin nicht in der Nacht geworden. Warte mal. Du erinnerst du jetzt? Ja. Ja, großartig. Aber du weißt, du musst sicher machen. Also ähm... Ähm... Was ist unser Bosses Name? Oh, ich kann das nicht glauben. was mir aufpassenzt ist... Es ist kein Super 60 kas. Ich kann das 1993 einschließen lassen. das war schlagen ddr schlagen der zweimal schlagen der alter machen die charlie das macht mir richtig alles weil ich noch weiß was kommt genau die ich war immer sehr schwer auch nicht kann man nicht mal mehr die menschen die time ist okay das funktioniert nicht scheiß komplett stehen geblieben schon wieder die irgendwo in der nähe sag rox ist ja ich war kurz vor dem abglaubig aber was soll es das mal werden wir erst mal erst mal zum herrhaus weil eine stimme uns das sagt er hat das schon getroffene weg aber hier ist ja kein skatepots zu meinen weil geschwindigkeit erhöhen gott das ausgabe ich hab nicht so eine beschissene ich soll eine beschissene orientierung kann doch nicht sein jetzt wieder vorlag für gespielt irgendwie nicht dass einen dann schon ausgefunden hat seinen kreis gelaufen bin habe ich so aufgeregt das ist ein schlüsselloch was machen wir in da schlüssel schlüsselloch das schwert kennen wir doch sollte man auf jeden fall kennen ich sollte mich nicht sollten wir dann umschauen okay ja da ist der truhe der gegner wir haben uns bekämpft ja ja da habe ich schon bekämpft ich glaube schon ja erst mal speichern und packen wenn wir nichts dagegen habt da habe ich jetzt noch mal weg die mir mehr abwehr endlich mal vernünftiges zum ausrüsten jetzt kann ich doch kann ich jetzt gehen wir daheim und speichern geht aus dem weg den raum kämpfen war die bischerei von euren wäschchen sein und sein wird ja 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 ihr mind's made up why did the keyblade choose me i have to know you can't turn on the organization okay organization 13 they're a bad group bad or good i don't know they're group of incomplete people who wish to be whole to that end they're desperately searching for something what kingdom hearts funny it's just i think i've been running away from the question i really want to ask what's gonna happen to me now what's gonna happen to me now just tell me that nothing else really matters anymore what's gonna happen to me now just tell me that nothing else really matters anymore you are nominate oh my god there's no knowledge that has the power to change your fate even if it doesn't i wanna know i have the right to know a nobody doesn't have a right to know nor does it even have the right to be but what is a nobody it is we're out of time too many nobodies nobodies like us are only half a person you won't disappear you'll be whole i'll disappear no further outbursts no you won't disappear you'll wait Roxas we will meet again and then we can talk about everything i may not know it's you and you may not know it's me but we will meet again someday soon i promise let her go nominate ok namens zeichnungen von namen hinterlassen zeichnungen sie scheinen einen tiefer zu haben ok das alteren aus karte ok der plot wird immer dicker und dicker und dicker und dicker und dicker bald fink kengler maz 2 richtig an genau deswegen sage ich jetzt einfach mal vielen dank fürs zuschauen wenn ich das video gefallen hat habe ich jetzt vergessen oh mein gott bin ich noch nicht gewohnt nach drei jahren zum ersten mal nach abos und so zu fragen aber wenn euch das video gefallen hat dann lasst gefext ein abo oder ein like oder ein kommentar ein dislike was auch immer da dann würde ich mich echt freuen und sagen danke ja ok ich werde voll draußen weil ich da echt noch nicht gewohnt bin jedenfalls dankeschön fürs zuschauen und hoffentlich sieht man sich in der nächsten folge tschüss